Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge HKC Recap. Wir starten die Woche mit der 30. Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Und ich würde mal sagen, ich schaue da mal ganz kurz nach. Tomb Raider, der zweite, Episode 30, das ist die hier. Wir haben, ja gut, wir haben jetzt noch 19 Episoden haben wir noch vor uns, Leute. Also wenn ihr da noch nicht dabei eingestiegen seid, jetzt lohnt es sich noch. Von dem her auf jeden Fall ein Blickchen reinwerfen. Portal Bridge Constructor Episode 25, das ist immer nur so für zwischendurch. Einfach mal wieder in der Testkammer, damit einfach das Hirn auch ein bisschen fit bleibt. Dann kommen wir zu Folge 25 von Minecraft. Und ich baue in der 25. Episode tatsächlich dann schon mal meinen Storage Room. Und zwar nicht nur meinen Spalk Storage Room, den haben wir vor ein, zwei Folgen gemacht. Sondern eben jetzt den richtig großen XXL Multi-Item Storage Room. Und Leute, das Ding ist der Hammer. Es ist echt so geil. Von dem her auf jeden Fall mal reinschauen. Denn dieses System kann ich euch nur empfehlen. Empfehlen kann ich euch auch natürlich Bad Time Rocket League. Ich muss echt sagen, die Videos, die wir da sehen, sind über eineinhalb Jahre alt. Aber wir spielen es immer noch und es macht immer noch mega, mega Fun. Von dem her wird da auch noch einiges kommen. Komm her ist auch so ein Titel bei der neuesten Folge GTA. Komm her, komm her, komm doch her. Und zwar, ja, wieder einmal unterwegs in GTA 5. Das hat mein Leben bestimmt. Ja, auch deins und auch meins. Episode 20 kann ich euch nur empfehlen, vorbei zu schauen. In diesem Sinne bedanke ich mich aber für's Zuschauen. Ich muss los. Es geht gleich Formel 1 Qualifying los. In Portugal, in Ponte Mor. Und von dem her, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschau. 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 Tschau.